Nein, ich bin nicht süchtig. Und ich auch nicht. Hör auf da! Was geht YouTube Tactics ist hier, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Zweitkanal und heute geht es um ein Box Break, was ich selber geöffnet habe. Viele haben sich gestern gewundert, auf dem Kanal hier kam ja noch ein Video online, wo wir das erste Mal eine Deko-Box geöffnet haben, aber ich habe jemanden zugeguckt, der meine Box geöffnet hat. Das ist so ein bisschen, es ist ja relativ leicht zu erklären, aber vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen und zwar kaufen diese Leute halt zum Release diese Boxen ein, die halt relativ schnell ausverkauft sind. Und damit dann andere nochmal die Chance haben, diese Boxen zu öffnen, kann man sie dann natürlich etwas teurer, damit diese Leute dann auch ein wenig Gewinn machen, ja praktisch kaufen und dementsprechend dann die dann im Stream öffnen lassen. So weiß man, okay, man kann jetzt zu Hause chillen, kann mit anderen den Stream verfolgen und sieht, was man zieht und die kriegt man dann im Nachhinein zugeschickt. Das Ganze ist eigentlich ganz cool, wenn man sie halt nicht zum Release bekommt. Ich habe mir aber eine Deko-Box nochmal über eBay bestellen lassen und ich kann sagen, es war ein sehr, sehr gutes Investment. Es hat sich sehr gut gelohnt. Wir werden, ihr habt es wahrscheinlich am Titel gesehen, eine sehr gute Karte ziehen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ihr Interesse generell an solchen TTC-Videos beziehungsweise Box Breaks Richtung Fußballkarten habt, da wird es in Zukunft auf jeden Fall noch mehr geben. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet, sehr, sehr gerne auch ein Abo und ich denke, hier wird es auch natürlich in Zukunft viel FIFA-Content geben, aber aktuell ist so ein Hobby oder das, was ich als Hobby entwickle, ist auf jeden Fall gerade das mit diesem Trading-Card-Game, mit diesen Sammelkarten und das macht so viel Spaß. Ich bin zum Beispiel auf Freitag wieder in der nächsten Box drin mit Steini, mit Tone und mit Schmitty. Also es lohnt sich auf jeden Fall öfters mal bei mir auf Twitch vorbeizugucken. Link dazu ist in der Beschreibung. Und wie gesagt, jetzt viel, viel Spaß mit dem Box Break. Es macht unglaublich viel Spaß und ich kann immer noch nicht glauben, was wir da gepullt haben. Also, ja, Video ab dafür. Ich habe so Eierflattern, das glaubt ihr nicht. Das ist ein geiles Set, so. Ich freue mich da ein bisschen mehr drauf als über Stadium Chrome. Welches ist davon jetzt das Autogramm und welches davon ist jetzt hier das Dings? Oh, ich bin so Autogramm. Was ist das? Ich mache jetzt einfach so. Ich lege die beiden beiseite. Das macht Thilo auch immer. Wie heißen die Karten? Das ist eine Deko-Box. So, wir haben eine Memphis Depay. Full Art sind geil. Warte, ich mache jetzt mal aus Sicherheit hier die zweite Karte, glaube ich, immer. Ein bisschen langsamer runter. Aber es sollte die eigentlich nicht sein. Genau. Dann haben wir Timothy Weyer. Auch sehr schön. Wir haben, was steht da? Horrendous. Oder ist es horrendous? Ich kann das nicht mal lesen, was da stehen soll. Oh, ein Lineage zwischen Paolo Dybala und Del Piero. Sehr schön. Sandro Tonali. Prodigy Raphael Leao, gerade als Headliner in den Packs. Oh, so. Karim Adeyemi, immer sehr, sehr gut. Gianluca Viali. Frankie de Jong. Leon Goretzka. Und das war schon die letzte Karte. Puh, also ich hoffe wirklich, dass die Autogramme und die Dinger da drin sind. Oh, Nico González. Das ist ein guter Rookie von Barcelona. Den werden wir safe eins lieben. Joao Felix. Buonassar. Wenn wir den, den hat Toner als Autogramm gezogen. Wenn wir den ziehen, ist Endstufe. Kappa. Dann, oh, das ist sehr gut. Haaland und Miguel Gutierrez auch als Rookie. Das sind gute. Das sind echt gute. Suso. Scores twice in Champions League Final. Das ist Inzaghi. Giovanni Reina auch nicht schlecht. Und Ansu Fati. Und Virgil van Dijk. Also das war, das war ein gutes Pack. Die Base laufen bis jetzt sehr gut. Ja, finde ich auch. Gian Franco Sola. Dann haben wir nochmal eine Lineage. Sehr schön. Luis Suarez. Oldest Captain. Lifts Fifth Trophy. Da haben wir, wer ist es? Paolo Maldini. John Terry. Cristiano Ronaldo kann man immer eins liefen. Anthony ist auch ganz cool. Oh, Descendants. Frederic Chiesa und Kevin De Bruyne. Und ganz hinten warteten noch eine andere Version von Maldini. So sehen die übrigens von hinten aus. Ich glaube, bei manchen steht da nochmal ein bisschen was da drauf. Vielleicht bei der Descendants Karte beispielsweise. Hier haben wir von Anthony mal so eine Prodigy Karte. Also die Prodigy sind, wenn mich nicht alles täuscht, so ein bisschen die Rookies der ganzen Serie. Da gibt es aber auch Karten, die keine Rookies sind. Weil, wie zum Beispiel Anthony, die schon eine Rookie Karte haben. Also bei Tops gibt es nur ein Jahr lang, glaube ich, eine Rookie Karte von jedem Spieler. Ja, korrekt. Rookie Karten immer die erste Saison. Ah, die erste Saison des Spielers. Aber wahrscheinlich die erste Saison des Spielers im Pack. So. Ryan Giggs. Neymar. Sehr schön. Quadriol. Auch sehr schön. Ansgar Knauf. Lineage zwischen Lukaku und Didi Drogba. Diego Costa. Antoine Griezmann Kick. Kylian Mbappé. Robin Gosens. Und Jesus Navas. Also von Jesus Navas, Robin Gosens kann man natürlich auch Autogramme ziehen. Das wären wahrscheinlich dann die Autogramme, die nicht so attraktiv sind. Und auch wahrscheinlich dann, ja, dafür sorgen, dass man halt hier nicht den größten Gewinn macht. So. Mason Mount. Sehr nice. Giovanni Arena auch sehr schön. Hakimi. Da, das meine ich. Das sind die Full Arts, die wir haben wollen. Haaland ist sogar einer der besseren. Eden Hazard und Torgen Hazard. Dann haben wir Pedri. Auch sehr, sehr beliebter Spieler. Benzema, Gündogan und Jordan Henderson. War jetzt in der Allgemeinheit jetzt nicht so fett, das Pack. Aber, wie gesagt, Alec Haaland. Der wird beliebt sein. Der könnte so, weiß ich, ich kann es jetzt schwer einschätzen. Aber ich würde sagen, bestimmt kriegt man dafür seine 10, vielleicht sogar 15 Euro für die Karte. Guck mal jetzt, ob da hier ein Autogramm drin ist. Ich gucke mal ganz schnell. Vorsichtig. Sieht aber nicht danach aus. Dann haben wir Yusuf Demir. Sehr gute Karte. Wir haben Wilson Fofana. Lichadi. Dann haben wir diese Full Art von Kevin De Bruyne. Die zieht man immer gefühlt in jedem Ding ist drin. Zumindest sehe ich die sehr, sehr häufig. Brian Brobery ist jetzt nicht so krass. Dann haben wir hier noch Upamecano und Weston McKenney. Leute, ich will gleich so das Stonks Emote sehen, wenn wir hier was Gutes pullen. So, jetzt muss ich gucken, wie das hier läuft. Dahinter, hinter dieser Karte sollte ja eigentlich die nummerierte Karte sein. Deswegen, ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Eins. Ich will auch nicht hingucken. Warte, ich mache das so. Eins, zwei. Nach hinten. So, es sollte funktioniert haben. Bitte funktionier. Okay, ich glaube, es hat funktioniert. Oh mein Gott, ich bin so gottlos nervös. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Autogramm wird oder die nummerierte Karte. Ich hoffe irgendwie die nummerierte Karte, weil Autogramm ist immer noch ein bisschen besonderer. Warum sage ich immer besonderer? Was ist das für ein Wort, René? Einfach hier erfunden. Okay, Jota. Dann haben wir Lineage zwischen, wer ist das überhaupt? Rebic und Inzaghi. Jadon Sancho. Tyler Adams. Julio Cesar. Samuel Eto'o. Noah Lang. Und ist das schon die vorletzte Karte? Ich weiß es nicht. Laudrup. Gott, ich bin so gottlos nervös. Es ist eine Descendance. Es ist nicht die letzte Karte. Okay. Jetzt kommt die letzte. Es ist... Ich weiß nicht, was das ist. Es ist eine 6 von 10. 6 von 10. Das ist sehr, sehr stabil. Und ich weiß nicht, wer das da ist, aber es sieht aus wie Drogba. Es sieht aus wie D-Drogba. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy shit. Wir haben ein Triple Autogramm von Terry. So laut drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Was? Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. 6 von 10 Drogba, Terry und... Oh mein Gott. Ich... Holy fucking shit. Stong's Chat Emote. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Das ist... Oh mein Gott. Und ich muss dem Typen, den ich das auf Ebay abgekauft habe, erzählen, was ich ziehe. Ich habe ihn gefragt, ob er es wissen will. Ich hätte es nicht gewollt. Meine Fresse, ey. Das ist das zweite... Die zweite Box, die wir öffnen. Das zweite zu 10 Legenden Autogramm. Und das ist halt einfach ein Triple Autogramm. Oh mein Gott. Leute, was ist das? Das ist ein Triple Autogramm. Das ist... Das ist... Oh mein Gott. Das ist so geisteskrank. Das ist wirklich so geisteskrank. So, Leute. Ich mache mal kurz hier wieder den Trick. Eins. Zwei. Nach hinten. Denn jetzt kriegen wir ja noch eine nummerierte Karte ohne Autogramm. Das kann ja auch nochmal geil werden. Ich erinnere nur an Steinys zu fünf Messi-Pull. Aber das ist mir jetzt eigentlich so scheißegal. Die können jetzt nicht noch was krasses reindroppen. Das wäre... Das wäre frech. Wir haben wieder Maldini, der hier was hochhebt. Suso. Gravenberg auch in so einem schönen Full-Art-Design eigentlich. Kylian Mbappé auch nochmal sehr, sehr gut. Wir haben Lautrup von Barcelona. Wir haben... Ich mag den eigentlich nicht, ne? Ich mag den halt eigentlich nicht. Genau wegen der Aktion. Das ist halt... Als Bayern-Fan ist das ein Stich ins Herz, diese Karte hier zu ziehen. Aber es ist halt insane. Gianluca, Donnarumma haben wir auch noch nicht gehabt. Dann haben wir Julio Cesar und jetzt kommt doch die Dings. Wenn jetzt auch nochmal... Wenn das jetzt unter 25 ist oder 25 oder niedriger, dann... 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 Fresse ich einen Besen. Dann fresse ich wirklich einen Besen. Das ist... Eine Legend. Also Legend können wir. Wenn das überhaupt die letzte Karte ist, ich bin mir unsicher. Okay, das ist jetzt hier vielleicht... Oder ist da noch eine Karte drunter? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich muss mal kurz gucken. Ist da noch eine? Okay, da ist sogar... Okay, dann ist das die nicht. Dann ist das die nicht. Ich dachte schon, wir ziehen schon wieder eine Legend. Ole Gunnar Solskja. Okay, jetzt kommt die letzte Karte. Was ist das? Das ist, glaube ich, eine ganz normale Karte, oder? Descendant ist das. Okay. Es ist, glaube ich, nicht so wild. Wir schauen mal. Es könnte... Könnte es Rainer sein? Ich weiß nicht, ob das hier unten irgendwie steht, die Numbered Karte. Dafür habe ich zu wenig geöffnet. Es ist eine 31 von 49. Das ist auch solide. Das ist jetzt nicht krass, aber es ist solide. Ich denke mal, wir haben eine Chance auf Rainer. Ich weiß nicht, wer noch eine Descendants-Karte bekommen hat. Es ist... Es ist Frederico Chieser, der sich tatsächlich gestern im Spiel verletzt hat. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass er irgendwie noch zur WM mitkommen kann. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Ein Kreuzbarnriss hat er sich geholt. Aber eine 31er-Karte, immer schön. Also, wie gesagt, Steini, Tone und ich öffnen am Freitag beim... Beim Thilo eine Donruss. Das ist auch ein sehr, sehr geiles Produkt. Und dann zeitgleich kommt auch noch Schmitty rein. Auch eine Deko. Ich sag mal so, eine Triple Autogrammkarte gibt es jetzt weniger. Aber das dazu... Gott, ist das frech. Ansonsten hatten wir auch noch schöne Rookie-Pools. Wir hatten hier Yusuf Demir mehrfach. Kevin De Bruyne hatten wir immer. Erling Haarland, sehr, sehr schönes Artwork. Neymar, Guardiol, Mbappé, Cristiano, Ronaldo, Anthony, Nico Gonzalez, Haaland und Miguel Guterres in einem Pack gehabt. Giovanni Reina, Ansu Fati, hatten wir glaube ich noch nicht, Adeyemi und Raphael Leao. Also, ja, auch wieder kernbescheuert da rein zu gehen, nachdem Thilo Pelé gezogen hat. Ja, egal. Wir gehen da rein. Wir gehen da rein.